Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich am 21. September einen Springlehrgang mitgeritten bei Heinrich Wilhelm Johansmann und heute wird auf dem SimplyCuddy Vlog-Kanal das Video dazu online kommen. Ihr kennt das eventuell mittlerweile schon um 12 Uhr. Wird es soweit sein, dann wird das Video dort online sein. Und ja, ihr seht, was wir da so fabriziert haben und könnt da mal ein bisschen reinschnuppern. Den Kanal, den habe ich wie immer hier in der Videobeschreibung verlinkt. Also wie gesagt, um 12 Uhr ist es soweit. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Wenn nicht, auch nicht tragisch. Aber ja, viel Spaß schon mal damit!